Wie viel muss ich für einen Wettkampf trainieren? Als Hobbyläufer ist man schnell verunsichert, wie viel die Profis für einen Wettkampf trainieren. Da werden schnell 50, 100 oder 150 Kilometer pro Woche gelaufen. Aber muss das wirklich sein, wenn ich einfach nur ins Ziel kommen möchte? Eine bewährte Faustregel zum Thema Trainingsumfang und Wettkampf besagt das folgende. Trainiere durchschnittlich pro Woche so viele Kilometer, wie du im Wettkampf laufen möchtest. Wenn du also Halbmarathon laufen willst, dann trainierst du 21 Kilometer pro Woche. Und wenn du Marathon laufen willst, dann trainierst du 42 Kilometer pro Woche. Das funktioniert ziemlich gut, aber natürlich verteilst du diese Trainingsumfänge auf etwa zwei bis drei Läufe pro Woche. Du musst bei einer solchen Vorbereitung übrigens auch nicht die ganze Strecke im Training laufen. Für einen Halbmarathon reichen auch maximal 15 Kilometer und für einen Marathon reichen auch maximal 30 Kilometer. Wenn du das berücksichtigst, läufst du schneller, leichter und schmerzfrei mit dem Running Dog.